Hallo, mein Name ist Nihat Kaya. Ich bin einer der Bühnenmeister hier bei der UPS und bin verantwortlich für die Bühnentechnik bei der Produktion Linie 1. Linie 1, die besteht ja eigentlich aus zwei Aufbauten. Das Band-Protest, wo die Musiker Platz haben obendrauf. Darunter haben wir ja die Garderoben für das Ensemble und das Orchestergraben, was sie eigentlich runtergefahren ist, unsichtbar ist und überbaut ist. Weil es ja einen Abgang runterzugeht, wo wir dann die Schauspieler in den Katakomben suchen müssen. Wir freuen uns auf die Aufführung und es ist richtig heiß, wie alle anderen ja auch und wir hoffen, dass es alles gut geht. Wir sollten auch alle gesund bleiben. Zähne 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 Zähne